Vielleicht kennt ihr Escape Room oder habt schon mal davon gehört, das ist so ein Zimmer mit Rätseln und du hast eine Stunde Zeit, um sie alle zu lösen und dann hast du halt gewonnen, so ist das Spielprinzip. Und oben an der Wand sind die Überwachungskameras für die Mitarbeiter, weil die sehen sozusagen, was ihr macht und wenn ihr nicht weiterkommt, habt ihr so ein Walkie-Talkie und könnt ihr den sprechen und Tipps halt einfordern. Und irgendwie ist das echt nicht so mein Spiel, ich sag euch das ganz ehrlich. Ich habe in einer halben Stunde zwei Rätsel nur lösen können und dann wollte ich Tipps holen und keiner geht an dieses Telefon, also der Mitarbeiter ist nicht rangegangen. Ich glaube, der hat sich die Überwachungskamera die ganze Zeit angeguckt und hat einfach keinen Bock mehr und hat gekündigt, nachdem ich so schlecht da keine Rätsel lösen kann. Vielleicht war auch einfach mein Englisch zu schlecht, aber auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft.